Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Survive. Wir haben ein bisschen freie Erkundungstür, aber allerdings auch nicht mehr lange. Und ich muss unbedingt nochmal schauen, wie weit ich mit meiner Moral bin. Aber ich glaube, da bin ich eigentlich ziemlich gut voran. Ja. Warum nicht? Das ist ja nicht klar, wem sie gehört. Stimmt, dann kann ich sie auch behalten. Die Beine stehen sich echt nahe. Die Streitigkeiten sind wie weggeflogen. Ordentlich kommen die anderen auch bald so gut wie Mio und Siakoumon untereinander aus. Vielleicht sollten sich alle ein Beispiel an den Beinen nehmen. Soll ich Mio bitten, Streitschlechterin zu spielen? Aber wie bringe ich sie dazu? Ich frage sie mich mal ganz bescheiden. Ähm, wenn ich auch was dazu sagen dürfte, Lili? Was? Ich möchte, dass alle sich so gut verstehen wie du und Siakoumon. Deshalb möchte ich dich unter Tenix bitten, die Streitigkeiten zu schlichten. Du meinst, ich soll als Vorbild dienen? Hm, ich weiß ja nicht. Kommt schon, Takuma. Stifte sie nichts zu nichts an. Wir verstehen uns zwar gut, aber die anderen sind echt sauer. Nichts, was wir sagen, würde etwas daran ändern. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe, dass die ganzen Ereignisse das gegenseitige Vertrauen verschmiert haben. Ich dachte nur, wir könnten etwas dagegen unternehmen. Du bist ein netter Kei, Takuma. Aber was passiert, passiert eben. Es ist, wie es ist. Ich komme mir so gelagmeistert vor. Äh, so gelehrmeistert vor. Aber danke, dass du mich Lili Mio genannt hast. Das, Takuma. Nochmal. Vielleicht ein anderes. Vielleicht langweilig. Dann bleibt mir wohl nur, weiter auf sie aufzupassen ärgerlich. Lili Mio. Jeder ist da, aber es fühlt sich so anders an. So viel ist passiert. Da können wir uns nicht einfach über Nacht erholen. Soll ich sie hier etwas verzwingen, sich besser zu fühlen? Alle, gehen Sie! Ich kann nicht immer noch mal nach diesem Bereich調べten, aber wir müssen uns in der Nähe zusammen zusammenarbeiten. Ich verstehe. ob wir wirklich fit genug sind, um uns zur Basis des Feindes zu begehen. Hoffentlich lenkt uns die Bewegung wenigstens ab. Die sind immer noch total zerstritten. Das ist gar nicht gut. Alle sind total von der Rolle. Alle sind so niedergeschlagen. Wie schaffe ich es, dass sie sich besser fühlen? War vielleicht keine gute Idee, loszulaufen. Soll ich die Stimmung aufwätern? Ja. Ich glaube, ich hab die Stimmung aufwätern. Ich bin eigentlich die Stimmung aufwärter. Sacki... Aber ich kann es nicht mehr machen... Wenn ich mich vor dem Körner zurückkehren... Wenn ich mich immer nach dem Körner zurückkehren... dann würde ich mich nicht sagen... Ich bin sicher... Ich bin sicher... Wenn ich den Körner nach dem Körner... Entschuldigung? Entschuldigung... Entschuldigung... Was machst du, in so einer Situation? Jetzt! Du kannst dich nicht in einem kleinen Ort verlassen! Wir sind auch... Natürlich! Alle! oh ja dass sie aber auch immer angreifen müssen diese feinde jedes mal wir haben sie für das erste aufgehört natürlich alle wollen zu dem man darf auch mal ein bisschen kämpfen aber man kommt auf jeden fall mit fangen muss auch hier mit kämpfen und flora man ohne mobile ding Wir wollen es nicht lange mit ihm aufhalten. Gehen wir! Ich habe hier viel zu wenig Serum Digimon. Wie lange reicht der Vulkanhammer eigentlich? Wow! Ganze fünf! Interessant! Zuh-zuh! Ja, 1, 2, Schinker! Äh, Schadler. Du, Niki sich auch gleich mal. Oh ja, so gefällt mir das. Ich hätte mich noch mehr gefreut, wenn ich die anderen hätte auch noch beschützen können. Aber jetzt muss ich mit... Jetzt muss ich zumindest erst mal die beschützen, die noch am Leben sind. Ich habe gleich so viele Feine. Ich habe gleich so viele Feine. Und das wird immer mehr beibegeben, glaube ich. Aber also... Guuu! Das war der hier vorne. Das war's für heute. Deck mit dir! Oh, du musst uns aber jetzt mal Angst. Angriff. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, herkennen wir den Weg. Na, wekla. Was? Der ist ja noch nicht mal ganz dauernd. Okay. ich glaube da muss ich noch mal die Werte prüfen der Strom wird sich gar nicht gut Geheilt wirst du nicht schau doch blieb und -, dem Ich kann mich auch nicht bewegen... Weg mit dir! Jetzt bin ich so weit entfernt von ihm! Ja klar, schade... Ja klar, jetzt! Wir haben ja jetzt einiges an Items gekriegt, denkmal... Mal schauen, wir haben ja jetzt einiges an Items gekriegt, denkmal... Auch davor haben wir ja schon einiges an Items bekommen... Kleines Grillgut, Energiesamen, Salbe... Salbe ist, glaub ich, immer gut... Ich habe es nicht gewonnen... Ich habe es nicht gewonnen... Ich bin jetzt wieder mit ihm. Aber das ist sein Leben. Das ist das Seu-Jos-San. Das ist das Seu-Jos-Kunemann. Das ist ... Wenn ich mich nicht so richtig verletze, warum er sich so ein Mensch angetaubt hat, was er sich so verletzt? Was er hat sich so verletzt, was er sich so verletzt? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß, dass du das so verletzt mit mir ist. Ich weiß, dass du wirklich, dass du mein Schatz bist. Ich weiß, dass du mir nicht so verletzt bist. Ich weiß, dass du mich nicht so verletzt hast. Nein! Ich habe mich nicht so verletzt. Hör. Du bist so, wenn du dich so verletzt, nicht so verletzt. Aber du bist so verletzt, dass du dich so verletzt hast. おいアグモ本当にそんなことないと言い切れるのか絶対だよ楽魔 葵私だってそうよ葵のこと助けたいの分かってる分かってるからこそ申し訳そんな葵 もうやめてくれカイト不安のもとはそっちだろうが責任転嫁する 你ちゃんと言そぎ あった もういいand もう PER 彼乃魔 俺たちのいないところだ 信じ合いないのなら かもにいる意味わ communications お願いし ミノーラ玩 Bears echt übertrieben Echtrünn ist auch Fakum und gegangen. Das wäre perfekt. Was sollen wir tun? Wir können die Suche nach Falcomon nicht einfach erinnern. Sie sehen Tschurchen, Lopmann oder Ryo und Kuhneman nicht beim Namen. Aber wir wissen genau, von wem er Ryo. Das war ein Wunschwung. Das ist das, was wir hier um für die Augen. Aber das ist ein Wunschwung. Das ist ein Wunschwung. Aber wir müssen uns auswählen. Aber das ist ein Wunschwung. 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 Nein, was wir sagen? Wenn du etwas wunschwungst, dann kannst du sie fragen. So, dann, warum ich... Das ist, dass ich mich für die Menschen, die sich verabschieden. Das ist ein古ischer Buchstaben, der Schmuckschi-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen. Arcomon reflektiert also, was ich fühle. Ich sollte die Gelegenheit nutzen, auch etwas zu fragen. Eins hat mich neugierig gemacht, dass unsere Gefühle sie verwandeln. Wenn Arcomon meine Gefühle wie er spiegelt, was denkt denn der Professor von ihm? Arcomon hat auch eine Ouvertreite. Aber diese Bildung ist... Der Herrmann hat das, zu sagen, dass Arcomon... Er hat nichts zu sagen, aber liegen am Ende zu sehen? Er hat sich im Moment nicht zu verlassen. Verlassen? W-je, w-w- reverz! H-w-w-wennst-ich-n-die-wennst-ich-n-die-wennst-ich-n-tele. Wenn ich mich also entwickle, wird er sich verwandeln? Wenn ich mich also entwickle, wird er sich verwandeln? Wenn man die Menschen die sich an das Schicksal-einrichtet will, wenn man sich an den Schicksal-einrichtet will, dann wird er sich verwandeln. Na, warum wir uns nicht... Entschuldigung, die Frage... Ach ja... Aber... Wir haben uns in den Hohkora gesammelt... Ah, wahrscheinlich... Aber... ... das... Das war's für mich. Wir haben alle in den Hohkora. Nein, das ist Miu-chan. Ja, genau! Oh... Ich bin nicht sicher. 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 Sehr schön. Genau. Ich glaube, wir werden noch nicht mehr zusammenhalten. Und das denke ich dann auch. Ich bin auch froh. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Danke. Warte. Rekundung. Zerstörte Wohnruinen freigeschaltet. Abgelegene Ruinen freigeschaltet. Ein gewisser Raum freigeschaltet. Ein gewisser Raum? Wohnung Rückseite freigeschaltet. Und der Kampf freigeschaltet. Okay. Bevor wir hier aber weitermachen, würde ich sagen. Oh, da sind wilde. Aber wir gucken uns trotzdem mal alles so nach und nach an. Hier gibt es auf jeden Fall mit Story mäßig weiter. Boah, Falcomon sei ich aber nicht so. Aber irgendwo würde er sein. Aber hier werde ich erstmal einen kleinen Cut setzen. Wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr euch gefallen hat, gerne ein Daubchen nach oben da. Lasst auch gerne in den Kommentaren. Würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt und euch die Videos gefallen, gerne ein Abo hinterlassen. Einmal auf den Abo drauf drücken. Tut nicht weh, kostet nichts. Vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren. Damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video, was Youtube euch vorschlägt. Und rechts ist wie immer die Playlist zu Digimon 2. dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.